RfH präsentiert Kabarett Genial im Mai. Mit Andrea Bongas gibt's bis in die Puppen abgründigen, cleveren Humor. Du bist frei. Du kannst machen, was du willst. Ich will nicht frei sein. Ich will gebraucht werden. Ab in die Küche, koch Rotkohl. Zum ersten Mal im Harz. Das Solo-Programm mit mehreren Darstellern. Bei Kabarett Genial im Mai. Ich schau dich an, du schaust mich an und nix ist. Ich musste die Stadt verlassen und hatte eine Gesichtoperation. Es sieht sehr schön aus. Naja, ein bisschen wie ein komischer Vogel, aber das passt. Ich krieg mit Kindern alles hin, solange ich nur ihr Opa bin. Kinder sind echt ein Gewinn, aber nur als Enkel und Enkelin. Karten gibt an den bekannten Vorverkaufsstellen oder im Internet und mit etwas Glück auch an der Abendkasse.